Ja, hallo, ich bin der Sigi Frost. Ich bin einer der Begründer der Talentförderung Fußball in Markt-Intersdorf. Tafi hieß es ursprünglich Talentförderzentrum Fußball in Intersdorf, eine Schulvereinskooperation. Und jetzt heißt es eigentlich mehr Taf Klontal. Es ist eine Millionenfördergemeinschaft, also ein Verein, der sich nur um das Wohl, um die sportliche Ausbildung und charakterliche Entwicklung von jungen Menschen bis zum Alter von 18 Jahren kümmert. Wir stellten fest, es gibt sehr viele junge Menschen, die gerne Fußballspielen besser lernen wollen. Und die hatten damals weite Wege zu machen. Und wir haben gesagt, da müsste man eigentlich hier in der Region auf dem Land mit einem Einzugsgebiet von etwa 150.000 Einwohnern etwas machen, wie es zum Beispiel im schulischen Bereich dem Gymnasium entspricht. Es ist gelungen, aus diesem Einzugsgebiet sehr, sehr gute Spieler zusammenzuziehen und vor allen Dingen auch sehr, sehr gute Trainer, die alle nach einem Konzept arbeiten. Ich bin noch momentan in der C-Lizenz-Trainerausbildung. Ich trainierte die U13 BOL. Diese Mannschaft ist momentan auf einem hervorragenden dritten Platz, präsentierte sich von einem Spiel zum anderen stetig weiter. Man kann wirklich stolz sein, wenn man so eine Mannschaft trainieren kann, wo alle Jungs vom Anfang bis zum Ende mitziehen. Warum, dass ich das Ganze gemacht habe, ist ganz einfach, weil ich einfach das ganz wichtig finde, wenn jugendliche, talentierte Fußballer optimal gefördert werden. Und das Gefühl habe ich bei Tafil von Anfang an gehabt, dass da einfach was im Hintergrund ist, was darauf zugreift, dass wirklich talentierte, junge Spieler da optimal versorgt werden, ob das spielerisch ist, trainerisch. Und das hat mich einfach fasziniert, deswegen bin ich nicht zum Montag gegangen. Mein persönliches Highlight war mein Kopfballtor gegen Bad Endorf. Und der Cordial Cup hat auch Spaß gemacht, wo wir jetzt die Kids spielen gegen Zagreb, Bayern 60, Leverkusen und weitere Bundesligisten spielen. Wir sind eine sehr starke Mannschaft, weil wir viel Teamgeist haben und gut miteinander uns verstehen und gut zusammen spielen. Das Highlight war, wie wir gegen 60 gewonnen haben, 2-1. Thanks, Leute. generale History So habe ich mich gefreut, da teilzunehmen mit dem kleinen Demonstrofen, wo ich gesagt habe, es wäre schön gewesen, wenn es das damals zu unserer Zeit schon gegeben hätte. Ich habe schon als Spielertrainer die damalige C-Lizenz gemacht, habe jetzt im Zusammenhang mit der Tätigkeit am Stützpunkt und der Jugendtätigkeit auch jetzt im Mai die B-Lizenz als nächsten Schritt gemacht. Also ich heiße Raphael Breuer, ich spiele bei Tafi seit es das Projekt gibt, also es ist glaube ich 2003, 2004. Bin da hingegangen, weil ich eine Schule besucht habe, nach der Grundschule eben. Ich wollte erst nach München auf eine Sportschule gehen, es hat aber nicht geklappt und Tafi war dann eben die Alternative. Und deshalb, weil es ja dann mit dieser Sportschule nicht geklappt hatte, haben wir dann gesagt, dann mache ich das und ich kann hier in Innerstadt aufs Gymnasium gehen, das war ja auch die Kooperation mit den Schulen und deshalb hat es dann auch super funktioniert. Mein bester Liebnis bei Tafi war, dass ich heute das Himmel zur Tafi-Lanz geschossen habe. Wir haben gegen FC Bayern München gewonnen, gegen Erfurt, es war auch Stuttgart dabei, wir haben alle besiegt. Ich finde das Team sehr nett, alle Kinder sind nett zu mir, haben mich auch sehr gut aufgenommen, wir sind jetzt gute Fans. Ich habe ein Talent und das Talent möchte ich weiter fördern und deswegen bin ich zu Tafi-Lanz gekommen. Gemeinsam sind wir starten! It's just easy to step, just flip it, stick it and see you later, bye!